Ich mache Ihnen Pinnwand-Kommentare und Bild-Kommentare. Steigen Sie ein. Ich kann Ihre Formbeiträge liken. Oder bestätigen. Haben Sie schon mal einen User getrollt? Wie Sie wissen, registrieren sich jeden Tag in alarmierenden Zahlen User ohne gewöhnliches Fachwissen im VZ. Zum Wohle unserer Gemeinschaft müssen diese User sozusagen herausgefiltert werden. Und dafür kriegen Sie die unveröffentlichte vierte Staffel von My Little Pony auf DVD. Man machte ihm ein Angebot, was er nicht ablehnen konnte. Ich koste am meisten, weil ich weiß, was ich tue. Reingelegt, gemeldet und den Moderatorin zum Fraß vorgeworfen. Ich habe geschworen, alle User gleich zu behandeln. Und jetzt verlangst du wirklich vor mir, dass ich diese paar Leute sperre? Ja, Mowgli. Ich meine, Herr Supervisor. Ich werde sehen, was ich tun kann. Er versteht sein Geschäft. Wo ist meine Freundin und meine Ex? Er kriegt die weiblichen User. Und band alle Troller. Gottverdammt. Sie wussten, dass ein vorbestrafter User ein Gottverdammter Moderator ist? Aber schon bald erkennen Sie... Er hat's auf uns abgesehen. ...dass Sie den falschen User ans Bein gepinkelt haben. Kommunikationssperren. Profilsperren. ...Gnarrengesuche. Bitte, Mowgli. Hab erbarmen. Kretschi hat erbarmen. Ich nicht. Wenn Sie Gizmo anheuern, um die User zu trollen, dann gehen Sie sicher, dass Sie kein Troller sind. Gizmo.